Musik Musik Willkommen zurück zu Let's Play. Kingdom Hearts Ja, und im letzten Part haben wir Leon kennengelernt. Das heißt, wir haben gegen ihn gekämpft und Sora ist aus den Latschen gekippt und ist mehr oder weniger freiwillig mitgegangen. Das Schlüsselschwert soll fast alles öffnen können. Du wirst auf andere Schatztruhen und Schlösser stoßen. Probier es aus. Musik Da, siehst du, Sora? Du hast einen Schlüssel, der alles öffnen kann. Ich habe gehört, das Schlüsselschwert kann alle Schlösser öffnen. Probier es aus, wenn du wieder eine Schatztruhe oder eine Tür findest. Siehst du, Sora, was habe ich gesagt? Du kannst alles öffnen mit diesem speziellen Universal-Schlüssel. Früher oder später werden dich die Herzlosen finden. Du solltest dich darauf vorbereiten. Mich vorbereiten? Um dein Leben zu kämpfen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Yuffi, wir sollten zu Eris rüber gehen. Sie sollte inzwischen mit den anderen Besuchern da sein. Leon! Yuffi, los! Yuffi! Sora, gehen wir! Ich will mich aber um die kleinen Fische kümmern. Oh, Geld, Geld! Du attackierst mich, Nawatu! Das sind doch keine kleinen Fische mehr. Schattenlurche sind kleine Fische, aber Klappersoldaten sind zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht wirklich kleine Fische. Guck doch mal! Drei Erfahrungspunkte, Profi! Drei Haha, Hot Dogs! Was noch? Kleider? Äh, ein Juweliershop. Cool! Ah, irgendwie muss ich ja stärker werden hier. Du greifst mich an? Ich brauche Geld. Gib mir Geld. Noch verschlossen. Und wieder im Haus der Welpen. Ja, wir haben noch keinen einzigen. Aber ganz schön großes Haus für ein paar Welpen. Von da bin ich gerade gekommen. Das sah für mich aber schon aus wie ein Wohnzimmer. Privatsimmer. Privatsimmer. Oh, kommt schön her. Und schon ein paar HP mehr. Also damit ist die grüne Anzeige gemeint. Meine Gesundheitspunkte. Meine Gesundheitspunkte. Ohoho, ne ganze Herde. Haupt것$0. Oof. here we go. My gosh. And die 하 looking at them. only لم those pas- Ban. Bleibst du hier? So, ein Potion. Noch ein Potion und hier machen wir mal den High Potion. Wieder einen neuen rein. Ach, lassen wir erstmal. Lauf doch nicht weg von mir. Oh, noch mehr. 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 Und so kann man sich ganz schnell hochleveln. Ach, da ist er doch. Travers Mitte ist sicher. Wenn es prinzig wird, komme ich hierher zurück. Okay. Was immer du sagst. Oh. Na, was soll ich auf dem Dach schon großartig machen? Du bist also der Meister des Schlüsselschwerts. Oh, noch mehr. Travers Mitte ist sauber, aber wie es in Travers Ost aussieht, weiß ich nicht. Verschlossen. Tja, damit hat sie uns schon mal einen wertvollen Tipp gegeben. Nach Osten. Also wieder zurück nach Norden. Falsche Richtung. Was ist das? Ein Safe. Postkarte. Mhm. Ah, ich dachte schon, ich werde hier wieder attackiert. Ah, richtig gedacht. Die verschlossene Tür eben führt nach Osten. Aber ich muss sie halt von Osten aus öffnen. Deshalb muss ich jetzt von Norden aus gehen. Nein, so, du springst da jetzt runter. Hier bin ich auch wieder falsch. Klar. Ach, herrje. Ich muss mich in das Spiel wieder einfinden. jer. Genau. Ich muss mich in das Spiel wieder anfangen. Ich muss mich auf quais Ja! Donnerwetter, sind das die Herzlosen? Die Zwiebeln! Auf ihn! Der Füße! Und so gewinnt man Gefährten! Uh, unser erster Bossfight! Und auch unser erster richtiger Fight zusammen! Ich kenn euch zwar nicht, aber ihr helft mir doch bestimmt! Oh, wie nett hat mich geheilt! Gibt es da irgendwie eine bestimmte Reihenfolge? Welches Körperteil wir angreifen müssen? Ich glaube nicht, oder? Ich greife das an, was mir gerade vor die Flinte läuft! Oder besser gesagt, was mir vor das Schlüsselschwert läuft! Oh, das ging aber schnell! Oh, das ging aber schnell! Oh! Ihr habt mich also gesucht? Mhm! Die haben auch den gesucht, der die Macht über das Schwert hat! Hey! Warum kommst du nicht mit uns? Wir können mit unserem Schiff zu anderen Welten fliegen! Vielleicht kann ich ja Sorik und Kairi finden! Natürlich! Bist du sicher? Wer weiß! Aber ohne ihn finden wir seine Majestät nicht! Sora, geh mit ihnen! Vor allem, wenn du deine Freunde finden willst! Ja, verstehe! Aber so, wie du aussiehst! Gibt mir bitte nicht mitverstanden! Oh! Kein Steuern mit sein! Kein Turmin össersiehst! Okay? Ja! Du musst lustig aussehen! Wie wir! Und so schief für du, wenn wir nachsehen! Nachsehen? Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-se-seah. das nenne ich рублей! Gut, warum nicht? Ich komm mit euch! Tla beozin! Gestatten, Goofi! Ich bin Sora! Einer für alle, alle für einzeln! Hat der Pimpf diesem Herzlosen einen Dämpfer verpasst? Wer hätte das gedacht? Es ist die Kraft des Schlüsserschwertes. Das Kind allein ist nicht so mächtig. Warum machen wir aus ihm keinen Herzlosen? Dann ist die Sache schnell erledigt. Und die Freunde von dem Gür sind die Lakaien vom König. Teufel, so wie die aussehen, sind das alles Kanarraken. Du bist auch nicht gerade preisverdächtig. Halt den Mund! Genug. Das Schlüsselschwert hat ihn auserwählt. Wird er die Dunkelheit besiegen? Oder wird die Dunkelheit ihn verschliegen? Wie auch immer, er könnte durchaus nützlich sein. Die Dramatikind�出來? Die Dramatikindículos 3 Der was? Das ist unser Schiff. Warte, bis du es siehst. Warte kurz. Zora, das ist für dich. Kraft der Hitze halten. Magiefeuer erlernt. Yay, wir können Magie benutzen. Jetzt kannst du auch Magie verwenden. Goofy, gib ihm das andere Zeug. Was? Du weißt schon. Oh, ja. Zora hat Purzelbaum erlernt. Oh, das ist eine Ability. Mit diesen Abilities kannst du alles Mögliche machen. Schätze, wir sollten uns unterwegs mehr von diesen aneignen. Okay, war's das? Lass uns gehen. Erst wenn wir fertig sind. Ich sehe große Abenteuer auf sie zukommen. Als Chronist werde ich alles in meinem Tagebuch niederschreiben. Ja. Ja. Ja, ein bisschen einkaufen hier. Ein Accessoire laden. Ach ja, Accessoires. Unter Ausrüstung. Hier, das haben wir eben bekommen. Das steigert die HP. Und den Angriff. Natürlich kann man das auch wieder wechseln, wenn man dann noch so ein paar Accessoires bekommt, die ein bisschen mächtiger sind. Das ist im Grunde wie bei Final Fantasy. Auch diese ganzen Items, Potions und alles, ist alles von Final Fantasy. Abilities auch. Oh, Tick, Trick und Trag. Ich will was kaufen. So, wie viel habe ich denn? Ah. Ah. So, einen noch. Erstmal die erste Zeit noch nicht viel ausgeben. Okay. Sagt mal dieses komische Zeichen. Fällt es nicht irgendwie auf? Dies ist ein Trio-Symbol. Man findet es vielerorts und in verschiedenen Farben. Anfangs reagieren nur die blauen. Auf diesen Symbolen können Sora, Donald und Goofy ihre Kräfte verein und eine Trio-Tech ausführen. Eher, die wir noch nicht haben. Ja, und im nächsten Part geht es dann weiter. Dann fahren wir in die erste andere Welt, außer Traverse Town natürlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.